Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Gang Beasts mit allen, außer Sepp und dafür dein Rad. Lass uns doch mal knuddeln, ich weiß die Sorgung nicht mehr. Hey, ne, 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 ne. Ach guck mal hier, wir fassen uns alle eine hin. Raman. Yo. Nein. 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 Pizza, Alter. Hat der mich einfach runtergehauen. Ja, der Penner, der musste weg. Wuhu. Nee. Das ist kein Penner, Alter, ich bin eine Oma. Wuhu. Ich muss nochmal jemanden fragen, wie schlägt man nochmal? Ja, das weiß ich alles nicht mehr so genau. Dalu, wie schlägt man nochmal? L1 und R1, ich muss Push the Talk ausmachen. So, jetzt. Shit. Das wurde direkt von Bram genutzt. So, sieht halt aus. Ja, Bram, du hast da was in deinem Bart. Ja, muss da hin. Das ist Brille nennt man das. Wie viele Punkte brauchen wir zum Sieg? Vier. Drei? Was ist das für ein Disco, ey? Okay. Das ist auch ein Kacklevel, ey, da verkacke ich immer. Mist. Dalu ist, glaub ich, ganz gut in dem Game. Nee, weil ich jetzt gar nicht, hab's auch wieder vergessen. Lassen Sie mich in Ruhe, Sir. Blutgrätschel. Jo, kriegst direkt einen ab hier, oder was? Die Oma, Alter. Direkt die Oma. Doof, ihr beiden. So, nicht, Bram. So, ich nehme meine Beine jetzt. Niemals. Die Bade ist schon weg. Konnte man nicht mal... Abstehen. Nee, nee. Aua, nein! Hilfe! Nein, lass mich los! Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Lass mich doch mal los, Omi. Niemals! Komm mit! Oh Gott. Führ mich die Treppe hoch. Nein! Nein! Scheiße! Oh Gott! Geh da hoch! Wuhuhu! Wieso kommt man hier nicht mehr hoch? Doch, das geht irgendwie, aber ich weiß nicht mehr, wie man das... Wie man richtig klettert. Und ich bin wieder tot. Ich konnte einfach noch nie in diesem Spiel klettern. Los Würstchen! Das ist doch scheiße. Mach den Erndertaler fertig. Oh Gott! Das ist auch okay. Und tschüss, beide weg! Jawoll. Nein! Ja. Peter war links. In Richtung des Zuges. War klug gemacht von mir, aber. Scheiße. Das war doch komplett random, Alter. Das kannst du doch nicht erzählen. Nein! Nein! Ich bin nach links gesprungen mit Peter. Damit der zuerst vom Zug erwischt wird. Da stand die Erklärung, wie das geht. Hey! Oh oh! Ja, macht euch fertig! Geh mal swimmen bei die Fieste. Hey, die gucken sich das hier nur an! Nein! So nicht, Jay! Komm Donald, sagt so nicht! Hey! Nein! Nein! Und jetzt noch ein bisschen treten! Nein! Das ist offen! Kopfnuss! Donald Trump! Lassen sie Donald aufstehen! Oh! Oh! Das war knapp Würstchen! Oh! Oh, Würstchen! Halt mich fest! Aua! Ist das nicht der, der hier, der... Wurst! Wie heißt denn der? Ja! Nein! Das geht jetzt doch! Nein! Nein! Jetzt gewinnt Jay! Jetzt gewinnt Jay! Das kann nicht wahr sein! Komm, festhalten! Der kämpft gerade selber mit seinem Leben! Halten! Anderen Arm! Nicht los! Nicht los! Ich hab nicht losgelassen! Oh, jetzt bin ich auch tot! Alter, ich kann einfach in diesem Spiel nicht klettern! Wie geht der Scheiß? Mann, da war gerade der Tool-Tipp und ich war zu langsam! Aber Punkt! Oh nein! Jetzt klingelt's! Da muss ich drangehen! Da steht nur Tippe auf springen! Ahhhh! Machen Pause? Dann machen wir! Egal! Sein Pech! Na ja! Sein Pech! Okay! Fick nicht! Nein! 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 Da vorne ist er! Fuck! Wer ist die Oma? Äh! Die Oma ist... Ömaken, eh? Ömaken? Nein! 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 Ja, Peter! Das kann nicht wahr sein! Auf jeden Fall, Alter! Auf jeden Fall, Alter! Peter ist aber auch einschlafen! Wie er da eingeschlafen ist, ja? Hat Ömaken am Arsch! Er hat vorne weggekippt, ey! Lol! Das ist denn auch eine Kacke! Ey, es ist geschält! Ich muss mal kurz weg! Na, gewinnst du auch? Blutgrätschen! Diese Chance wahrscheinlich besser ist! Wie geht das aber? Wie sprintet man nochmal? Äh... Springen gedrückt halten! Ja, genau! Stimmt! Ich hab mich selbst ausgenockt! Jetzt rennen wir alle im Kreis! Nein! Ich geh andersrum! Nein! 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 Was war das für eine Scheißaktion?! Das war ich! Lass am Peter stehen, Alter! Lass Peter stehen, genau! Da, du spring jetzt in den Tod! Ich hab mich nur von... Ich war das nicht! Ich hab nichts gemacht! Ich hab auch beide zugesagt! Wer ist denn, wer ist denn, wer ist denn, wer ist denn hier Nieder? Peter? Ne, Peter hat schon gewonnen! Ne, Peter hat schon gewonnen! Echtes Wrestling jetzt! Ja, ich bin New Day! Ach, mit Y! Weg, weg, weg! Mordi! Mordi! Hey! Jetzt gibt's... Kleiner! Aua! Da hab ich dich ausgenockt! So, Junge! Ich hab's geschafft! Alter, einfach voller Wrestling-Move! Nein! Jetzt... Geh richtig ein bisschen in die Ecke! Donald Trump is in the Hall of Fame! Steh auf, Mordi! Hey! Der beste Wrestler, den ich eh gesehen habe! Echt? Zack! Alle ausgenockt! Aua! Au! Hey! Hey! Ja, beim Aufstehen! Ja? Zack! Du sollst am Ring sein! Komm weg! Ja! Ja! Ja, bist klar, Alter! Nein! Das ist nicht gerechnet, ne? Nein! Nein! Lass das! Bambam, bambam, bambam! Oh, hier! Hey! Frech! Ne, 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 ne! Schnucki! Es liegt am Boden! Ach! Ne! Ne! Du sollst treten, ne? Hä? Hä? Glaubst du, muss er auch nicht! Ja, komm her! Hättest du ja nicht! Ich hab dich! Ne! Guck mal, wer dich hat! Donald hat... Träten! 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 Ich glaub, da ist der Eisen! Peter ist raus! Hm... 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 Krake! Das wär wirklich Krake! So! So, Jungs! Nein! Nein! Ich wurde gekickt! Ja! 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 Nice! Obwohl ich als erstes verkackt habe! Okay, komm, ich hab'n Matchball! Kann er echt dieses... Oh Gott! Kann er nicht so schwer sein? Du kennenspringen! Du kennenspringen! Kannst du... Ne! Ne! Mensch mal! Ja! Bist du, Jey! Wuhuhu! Wie duckt man sich denn in diesem Kackspiel? Ach, so! Ja, das war cool, dass man... Nein! Das Bild da vorbei ist! Scheiße, ey! So, kommst du jetzt rüber? Ich komm rüber... Ja! Okay, doch nicht... Pfff! Pfff! Yay! Warum bist du denn nicht gesprungen, wenn ich da gedrückt habe? Wuhu! Oh, boah! War schön! Ja, gewonnen! Easy! Habt ihr gewonnen? Ja, noch ne Runde oder was? Ich hab gewonnen! Ja, wir haben alle gewonnen, Peter! Ich wurde gekickt einfach! Du hast immer in einen Punkt geholt! Das war so eine Scheiße! Ich bin... Ich bin mit dem Aufzug runtergefahren und in der Zeit ist der Typ einfach die Treppen hochgelaufen und dann war ich unten und der oben, das war echt scheiße! Seid ihr denn alle wieder in der Lobby? Ja! Immer noch! Immer noch! Was geht los? Das ist mal der gleiche Tooltip heute bei Bewegung springgedrückt, um zu laufen! Ja, dankeschön! Wer ist das Huhn? Wer ist das Dalu? Ich bin Bobaküchen! Ich bin das New Kid! Oh! Oh! Warte doch! Oh! 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 Würstchen, ey! Marshmallowmann! Aufstehen lassen! Wie kann ich dich denn dann wegwerfen? Aufstehen! Lass mich... Drehen! Drehen und loslassen! Ey, kannst du... Reicht das? Mit den L und R-Tasten, Peter, gibst du deine Arme hoch! Wenn du drückst, behältst du dich auch gleichzeitig fest! Hilfe! Das heißt, wenn ich drehst, musst du loslassen in der Sekunde! Damit hat er nicht gerechnet! Und Y kannst du die Arme hochnehmen! Genau, mit Y kannst du die Arme hochnehmen! Also L, B, R, B und Y! Aha! Du musst aber nicht den Zaun finden! Nein! Boah! Boah! Unverdient! Dafür hat er sich als Zweiter untergefallen! Ja! Ja, okay! Unverdient! Halt bei den Bewegungsdingen drücken! Du laufst wirklich doch! Wahnsinnig! Da ist er schon wieder! Der Marshmallowmann, Kopfnuss direkt! Zack! Dalu! Was willst du denn? Du hol dir deinen Muppets in Holland! Nein! 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 Hier, Orang-Uthamz! Nee! Hier! Vollstrom! Uah! Still alive, Dalu, Bitch! Meine Rache will fürchterlich sein! Meine Rache... Oh shit! Oh shit! Nein! Nein! Haha, Bram! Nein, wir müssen Dalu wegmachen! Ach man! Ein bisschen Luft weg! Nein! Dann kommen wir zurück! Und Blutgrätschei... Nein! 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 Hühnchen, was soll das denn? Ich war gerade fast wieder oben! Warum klettert ihr denn immer weiter nach unten? Nein! Okay! Da kann ich jetzt niemals runtergehen! Ich werde safe sterben, wenn ich da jetzt runtergehe! Warum gehst du denn da hin? Oh! Ich komm genau runter! Haha, Peter! Wir kommen alle wieder! Haha, Peter! Wir kommen alle wieder! Ja, die kommen alle wieder! Was muss man denn hin? Wir kommen alle wieder hoch! Wir kommen alle wieder hoch! Tittenschlag irgendwas! Nein, ich will erst mal hin! Nein, nicht hin! Jo! So, Bitches! Nein! Haha, da bin ich wieder! Ja! Wir sind alle wieder da! Hahaha! Hast du gedacht, warum ist das los? Hey, du bist erstmal hingeht! Das mal ein bisschen rausgeworden! Wiss denn, ey! Ohohohohohoh. Nein! Nein, 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 nein!!! Oh! Oh,bauto wieder rausgeруppen! All schnockt! Uuuuh! Noit! Tschüss da, Allahu! Nein! Nein! Tschüss da, Allahu lebt noch! yerrrrrl! Daru lebt noch! Lass Zeit! Ja, lass Zeit! Nein! Nein! So, Peter, jetzt... Wo bist du denn? Oh, fuck! Theoretisch funktioniert das so, bei mir ist der Hübschen dann da unten geklettert irgendwann, nachdem ich oben war. Ja, aber reicht, oder? Peter hängt noch da dran, die Wurst, Alter! Ja, Punkt! Scheiße! Der hat schon mal so viele Punkte... Ich hab gedacht, der wär runtergefallen. Halt, du, bei der Bewegung springen gedrückt. Ah, so! Der Fleischwolf... Hallo, was geht da? Wieso starten wir immer nebeneinander? Woo! Blutgrätsche! Nein, 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 nein! Ey, mein Hut! Hey, Würstchen! Ich geh mal mein Hut zurück! Wurst! Ohohohohoh! Was ist das denn? Die Sicherheitsansperrung ist weg, nicht weiter! Nein, 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 Bram! Jetzt schlug doch mal, zuhundchen, Mann! Das ist super gefährlich! Wie ist denn das doofe Hut? Der ist mal das Hut in die Presse. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Können wir jetzt mal bitte? Nicht beide auf mich, sonst gibt es eine Kiste. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich massier dich Hütchen. Ich massier dich Hütchen. Nein, hallo. Ich hab dich. Du kommst mit. Hör mit, Bram. Komm mit, Bram. Lass mich jetzt. Ja, Bram. Sieht nicht gut aus, oder? Sieht nicht gut aus für dich? Hört das so langsam. Aber sicher. Scheiße. Nein, nein, nein. Double kill. Festhalten. Leck wie am Arsch. Step by Step. Nein. Hörst du das? Niemals werde ich aufgehen. Niemals werde ich aufgehen. Ich halte mich doch mit einer Hand fest. Ich werde überleben. Komm schon. Komm schon, zieh dich wieder hoch. Habt die Kraft, Marshmallowmann. Nein. Haha. Schöner Kampf, Bram. Lass uns verloren. Hilft mir auch nicht. Marshmallowmann hatte die Kraft nicht. Halt bei Bewegung, springen gedrückt. Ja, das hab ich auch schon wieder da stehen. Nein. Es gibt ja nur zwei Tims. Nein. Ich glaube nicht. Ey, ey, ey. 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 Boah, ich bin auf dem Stein getanzt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Jetzt musst du mal den Wirbeln. Ja, und dann liegt der Alu da oben Boden. Anlaub und Blutgrätsche. Ah, hier hat weder. Ich hab dich lieb, komm her, gib mir einen Kuss. Nein. Scheiße, komm da jetzt. Jetzt nehmen wir das erstmal die Wur... Nein. Komm, komm erstmal den Vogel weg, ey. Nein, jetzt den Vogel da. Tschüss. Und dann den Arzt. Hey, hey, komm. Tschüss. Mit der anderen Faust kann ich immer noch zuschlagen. Komm her. Hey, Toprope. Nein, nein. Ja. Oh, Jekon, du hast den getrocknet. Ne, am Toprope bin ich da hinten ausgemockt. Weg, du Hühnchen. Jetzt der Superspin. Jetzt der Superspin. God, no fear. Zack. Gibt mir den Richard Paul. WOOOOOOOH! Der hat Rübchen geflogen. Warum ziehst du mich denn mit in den Tod, ey? Nein, nein, nein. Oh, oh. Oh, bin ich denn jetzt ausgemockt? Passt den Riebchen? Jetzt komm ich... Sie tanzen! W-wauw, die geilen Detschen sind. Ah, ne! Komm jetzt her ihr! Jetzt kriegst du mal eine Kopfnuss endlich ab, ey. Die muss fatal sein mit meinem Schnabel. Oh, hier bin ich... Oh, den Buckel drauf! Ähhh! WAH! DDT! Komm jetzt Einfach gar nicht Spildriver Das war's Alter, close line Nein, nein, nein Pass auf hier Schieb schon Schieb schon Du kriegst gleich Lowblow, Junge Es kommt doch endlich mal hoch Und jetzt geh doch mal nach Komm jetzt Ich hebel dir deinen scheiß Arm aus Ich hab Flügel Ja, dein Flügel scheißen Nein, nein Das geht nicht Nein, der hält mich wieder Komm jetzt Oh fuck Oh Der Uf, Junge Jetzt kriegst du endlich mal einen ab Lass mich doch mal los Dann hast du dir schon wieder ausgedockt Du hältst dich dann immer am scheiß Rand fest, Junge Ja Ja Warum nimmt der denn immer diesen scheiß Pfosten Oh Gott, ist das ein Duell, Junge Oh, er entlockt sich selber aus Wie hieß nochmal der von Ray Massaro, der Move Der ist 6-1-9, Junge Ja Nein Jetzt geht Oh 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 Oh, er ist das ein Duell Oh, er hat sich gerade nicht mehr Oh, das gehört mich Oh, das gehört mich Oh, das gehört mich Oh, das gehört mich Oh, das war lustig Alter Was für ein Duell Was für ein Krüppel-Duell Boah, da, ein anderer Typ Greif mit beiden jetzt nochmal um zu knittert Oh, 5-Star-Match auf jeden Fall Alter, weiter geht es Nein, nein, Hütchen Wir machen das jetzt weiter, oder was? Oh, ey Ja, sicher Okay, du wirst erst den Marshmallow-Mann entfernen Niemals Okay Du wirst erst den Marshmallow-Mann entfernen So Das war gegen eines unfair Bram, bist du noch da unten? Nein Oh, shit Bram, bist du noch Oh, shit Ich komme noch nicht hoch Nimm meinen Arsch Komm, nimm meinen Arsch Guck, ich mache ein paar Trainingsübungen hier Kein Problem, weil ich so geil bin Ja, Jungs, da kommt ein Schild Da kommt ein Schild Oh Ja, ist egal Ich bin immer noch ausgenockt Nein Wow Hab's dir gesagt Ja, okay, aber was soll ich dir machen? Ich kann ja nicht aufstehen Da kommt noch ein Schild Oh, fuck Oh, fuck Nein Hab's gesagt Ja Scheiße Oh Gott Ich komme dann weiter nach unten Ja, aber wirklich Nein Kein Boah, da ist schon der Fuß abgeschliffen Du musst erst warten, bis die andere Hand auch auf jeden Fall greift Und dann Jetzt die andere Oh Gott Immer nur eine abwechselnd Ja, aber das schafft der manchmal von der Kraft her nicht Genau Jetzt A halten Und A halten Kletter hoch Jetzt das Köpfchen rüber strecken Guck mal, das hast ich ja lange gelernt Und jetzt Doppel-A zum Springen Jawoll What the fuck, wer das denn da, du? Ja, ich wollte dich treten, aber das Treten ist ja nicht so präzise Du springst da einfach in den Tod Also es ist auch nett, dass ich das Wie tritt man denn? Dass ich jetzt das Ach so, mit echt? Mit X Kann man machen Mit X trittst du und mit Kreis kannst du irgendeine Kopfschluss geben Du wüsst nicht, dass man das Loll, ich wurde direkt ausknoppt Brab, stopp, warte Meine Schuhe Warte, warte, warte Brab Ne, ne, ne Oh, aah Ja, ha, 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 ha Oh Gott Brab, was machst du denn? Kuschel Ja Ich hab meinen Hut Ich hab meinen Hut Nein, den Hut Los Ich hab den Hut Ich hab den Hut Das ist mein Hut Scheiße Nein Ich hab meinen Hut Der Hut Das war zu viel Wind oben Moment kurz Hat mich der weggebrochen Nein Das ist ja nicht Ich hab auch die Arme zum Sieg hochgestreckt beim Pfeil Das ist so gescheuert dieses Spiel Ich hab meinen Hut Ich hab meinen Hut Das ist kein Spiel für heiße Sommernächte Schade, da die Teils ist Ich hab die oben springen gedrückt und zu laufen Echt, das war schon so warm? Ja, das ist ziemlich warm Das ist mega warm Das ist mega warm Also warm ist schon, aber ich hab mein Zimmer in eine günstige Richtung stehen Nee, nee Hast du dich gerade weggeduckt? Ja Ab da hoch, Junge Ab da oben Ab da oben Nein, nein Oh Nein Ja Ja Komm her, Mensch Bekühltchen Ja Das Feuer wird euch läutern Kentucky Frieden geht mit nicht Nee Komm her, Hültchen Jeejuhu Lass dich zähmen Blutgrätschen Okay, nochmal Liegende Kopfnuss Oh, ne Oh Hey Geh mal weg, ihr Zappen Hey, hey, hey Okay, komm wieder Da oben ist der Chickenfight So, jetzt komm her, hier Wuuu Nein Ja Ja Hier ist, ich hab ne Buch Ich bin aber meine Hut verloren Nee, 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 nee Ey Wollen wir nichts zu machen? Peter, hast du ein Disconnect? Ich sag mal ja Ich wollte mich verstecken Und wurde wegen Inaktivität gekippt Hahaha So ne Scheiße Ich hab die Wurst Ja, die stirbt jetzt aber noch so Ah So eine Scheiße Peter, zwei Mal, ja Was macht denn Jail da eigentlich die ganze Zeit? Ich such meinen Hut Oh nein, mein Hut Mein Hut ist weg Jawohl Ich will doch mal meinen Hut suchen Na Puck Puck Nimm mit der Stange da, du Gewitten Ah Darf ich in die Zähne lagieren? Angriff Leute, der hat Eisenschlange Haha Der auch Ich nehm euch alle mit Attacke Was passiert hier? Jetzt reicht's Ich geh jetzt noch so mit Aua Ach Scheiße Aber was ist das Ding hier? Er weht mich hoch Er weht mich hoch Nee Jetzt müssen wir ihn entfernen Pass auf Peter entfernen Krieg nicht mal Peter entfernt der Affkei Nein 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 Ist meine Figur noch drin? Ja 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 So Was kämpfst du auch? Er macht den Jay Das passiert davon Ich wollt's Alle verarschen Richtig verarschen Ja Ich mich selbst noch verarschen Nice Alle ausgenockt What the fuck Junge Komm Dalu Jetzt Auslocken reicht doch auf der Plattform Jawoll Oh Oh Boah Ich hab mich doch Arsch Ich bin ein bisschen seltsam Oh Dalu Oh 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 Was get up Bisschen seltsam, dass die roten Fässer nicht explodieren Denim Fass und hau ihn damit weg Wuuu Warte kurz Ich muss den richtigen Halt finden Doppel A einfach Der jumpst du hoch Warte doch Okay Oh nein Jetzt hab ich das Fass Scheiße Oh Jay hat schon 3 Leben Also Punkt Alle auf Jay jetzt Ich weiß auch nicht wie ich die 3 Punkte hier gekriegt hab War ziemlich lucky Du hast keine Hose an Peter hat 0, wa? Naja Ich hatte einen mal Nee Schon wieder 0 Links ist der Doktor Peter geht halt immer AFK Ey ist kein Doktor man Ich bin hier solchen Bekämpfung Ich kann natürlich mal zugucken Oh shit Nein Der Ersten entfernt Oh fuck Boah was Alter ins Gesicht Du blödes Huhn Okay ihr beide Nein Du blödes Huhn Oh Oh da ist der Ende Oh Mach ihn weg Schlag ihm genauso ins Gesicht wie du mir ins Gesicht geschlagen hast Ich kann nicht treten auf X Ich fäng das Ding wieder an Das kann nicht wahr sein Nein 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 Der sich nach oben gedreht hat In der Luft Peter verpasst grad den Spaß seines Lebens Ja Weil er sich verstecken wollte Aber Peter geht auch immer AFK Ich versteh das gar nicht So wack ey Schon wieder bei ihm geklingelt? Nein Ich glaub Peter ist auch weg oder? Ist der gemutet? Kann ich Jay aus Tears kicken Das war gut Oh scheiße ich bin daneben gelaufen Oh war das Fail Moment Dalu Oh war das Fail Ne Dalu Fast zu Fail wie bei mir steht Nein nein Joah Ich hab dein Bein Ja das sind ja gewonnen Du Ficker Easy Okay Aber als allererst müssen wir jetzt wieder Seuchen Jay wegmachen Seuchen Jay Seuchen Schmeuchen Viel zu warm Mach den Ventilator an der Klimaanlage Go Den hab ich auch volle Pulle Den Ventilator Klimaanlage kann ich nicht aufbauen Zu anstrengend Tut nicht Sei coolig Hab schon wieder meine Mütze verloren Dalu So geht das nicht Du musst ja richtig fest Nein 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 Völlig losgelöst Nein Du bist nicht eingezogen worden Dalu Tut nicht Ich mach doch gar nichts Was passiert Nein Ich kann endlich fliegen Ich kann endlich Nein Nein Ich hasse dich Du gewinnst du Ich hasse dich so sehr Du kannst fliegen Dalu Du hast da rumgekämmelt Am Arsch hat mich rumgekämmelt Du wolltest mich töten Oh jetzt kommt die schlechteste Map leider Ja Ja Wer meint der Peter Ja Das ist Peters Lieblings Map Oh sind da 5 Cent Oh oh Schaden wir die jetzt ohne Peter Spur auf Lass mich rüber Oh Nein wieso ist der denn die wieder Nein Verdammt Tut nicht Kalt Ich twerke Ich twerke Ich twerke Hey ich mach twerken man Good twerken Good twerken Ich twerken mörken sag ich immer Alter shit ey Und jetzt Rocker Card müssen wir auch besiegen ey Wir beide jetzt und dann Finale Hä der sieht aus wie Der sieht aus wie Drachenlord der Skin Naja finde ich tatsächlich Ich finde der sieht aus wie so ein helles Ängel Was? Der sieht aus wie Drachenlord Nein Oh Stachelhäus Nein Keine Leider für die Mein Hut Mein Hut Mein Hut wieder weggezockt Hey Was? Hallo Jungs Jetzt holen wir diesen Chell erst raus Ja Nein Lass das sein Oh Das hat weh Mit dem Kopf gegen den Kopf Holt euch den Dock Ich hol mir den solchen Spasten Was tust du da? Nix Oh Oh Aua Warte Ich bin wieder wach Nein 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 Was ist das? Oh Ne ne DDT Ich fordere ein Rematch Oh Schlag doch mal zu What the What the Ey du kannst ja hier meine Hand festhalten Doch Ey ja Ich würde dich Alter Nein Tschüss Jetzt Hau ihn Nehm ihm die Faust ins Gesicht Los Einfach hier mit L1 L3 Komm schon Fisbam 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 Der macht nix anderes mit L1 und L2 außer so durch die Gegend zu wackeln Fisbam Jetzt wird sich in deinem Kopf gesprochen Facesitting aufs Huhn Nein Das machst du gerne, wa? Ja Am Bordstein, ey Komm hierher, du Sportsteinschwalbe Wie ist das mit American History X? Was war das gerade, ey? Jetzt hau ihn doch, Christian Bleib still Ja Oh Oh Yes Ich war doch noch nicht eliminiert, Alter Willst du mich verarschen? Klar warst du Meine Füße haben den Boden berührt Das ist alles Rick Boss Das spannendste Spiel seit Peter weg ist Oh nein Hallo Aber Peter gibt in letzter Zeit häufiger Spiele früher auf So wie bei Formel 1 Oh oh Aua Nein, ich eliminier mich wieder selber Toll, Christian Christian Nein Was passiert dir? Oh nein Oh, wir haben eine Entscheidung Wir haben einen Sieger Es ist Christian damit Es ist der Gott und der Jake Lietjean Oh Nein Nein Mein Hut Gib mir den Hut Oh Yes Doppel A Doppel A Doppel A Doppel A Doppel A Hab den Hut Weg mit dem Hut Weg mit dem Hut Weg mit dem Jake Nein Ja Nein Ja Nein Ja Ja Yes Yes Das ist meine erste Runde Gang Wie ich es nicht gewonnen habe Wuuuuh Vier Sieger wegen Lappen Am Arsch Am Arsch Einfach nicht schlecht Aber die Matches mit Christian waren auf jeden Fall episch Das ist doch cool Das war cool, wenn Peter mitgespielt hat Ja, war eine gute Runde Vielen Dank für Zuschauen Das hat mir gespaß gemacht, als Peter weg war, ehrlich gesagt Ja Könnt ihr mal ein Like da lassen, wenn ihr Folge ohne Peter sehen wollt Peter Sacks Peter guckt gerne einfach zu Tschau Tschüss Tschüss